So, ich würde sagen, wir machen was mit dem Alphabet, ihr Lieben. Und zwar spielen zwei von euch jetzt eine Szene in abwechselnd gesprochenen, kurzen Sätzen, die jeweils mit dem ersten Buchstaben des Satzes, der muss in der richtigen alphabetischen Reihenfolge stehen. Also der erste Satz fängt mit A an, der zweite mit B, der dritte mit C und so weiter muss ich mehr sagen. Nein, ihr habt es verstanden, das spielen Olli und Barbara. Das sind wir. Das seid ihr. Ich freue mich. Bitte schön. Und Sie frage ich jetzt, meine Damen und Herren, und ich frage jetzt einfach mal diese Hälfte zuerst. Also was kann man sich alles verkleiden im Karneval? Oder überhaupt? Als Züffach. Eine hübsche Idee. Was? Hexe. Hexe ist schön. Braut. Eine Braut. Krankenschwester. Oh, Krankenschwester ist cool. Krankenschwester finde ich sehr, sehr schön. Was noch? Schlumpf. Krankenschwester und Schlumpf. Da bin ich doch enthusiasmiert. So wer ist wer? Ach ja, pass auf. Na doch, wir nehmen das Naheliegende. Du bist der Schlumpf, Barbara ist die Krankenschwester. Und zwar, du bist eine echte Krankenschwester. Und du bist als Schlumpf verkleidet. Und du kommst, glaube ich, ins Krankenhaus und hast irgendein Anliegen. Am Ende hast du eine kleine Verletzung. Ich weiß das jetzt noch nicht. Okay. Das müsst ihr jetzt erstmal herausfinden für euch. Mit diesem schönen Spiel von A bis Z müssen die Sätze jeweils beginnen. Und los. Okay. Aber das ist ja die schlumpfigste Krankenschwester, die ich je gesehen habe. Bei Gott, wie sehen Sie denn aus? Chiropraktiker, wo ist der Chiropraktiker? Der ist ausgerechnet heute nicht da. Es ist ja verschlumpft und zugenäht. Fußschmerz? Geht so. Haben Sie es am Ischias? Ischias ist mein zweiter Vorname. Ja, ja, das kenne ich. Hat mein Vater auch immer. Kackhaltung gefällt mir nicht. Lassen Sie mich mal machen. Meine Mutter hat das auch immer zu mir gesagt und dann hat es wehgetan. Na, 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 na. Ich bin aber nicht Ihre Mutter. Oh, Sie sehen aber so aus. Passen Sie auf, junger Mann, was Sie sagen. Quengeln ist sonst nicht meine Natur, aber ich würde jetzt gerne einen Arzt sehen. Äh... Röntgen? Röntgen? Meinen Sie, wir müssen die Röntgen? Sieh mal, ein Känguru. Oh, Tatsächlich. Ungewöhnlich im Krankenhaus. Venezuelanische Kängurus sogar. Ganz selten sind die. Was denn sonst? X Mal habe ich aus diesem Fenster gesehen und nicht ein einziges Mal habe ich ein Känguru gesehen. Yes, good point, my dear. Zwick, zwack, da baust die Maus keinen Faden ab. Sie bleiben erst mal liegen. Sehr gut gelöst. Wir haben den Schlumpf verloren auf dem Wege durchs ABC. Ja Gott, der Schlumpf war verletzt. Weggeschlumpft. Ja. Aber ich habe das Blaue ganz deutlich gespürt. Ja, ich auch, das hast du aber auch schön gespürt gesagt.